Klasse Laden, Mann. Dann warte, bis ich mir Manhattan vornehme. Ich habe meinen Kindern gesagt, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Mein Sohn Joseph hat sich das zu Herzen genommen. Uns gefällt sehr, wie du den Club führst. Du bist wie ein Sohn. Danke. Polizei! Was willst du hier? Nicht anfassen. Die Razzia war nicht zu vermeiden. Es gibt so viele Läden, ihr pickt meinen Arsch. Weil dort die Drogendealer gesehen wurden. Du hast ja schöne Freunde. Nein, Papa, er ist nicht mein Freund. Was hätten wir tun sollen? Sollen die Sache groß ankündigen? Soll ich mal zu dir kommen und alles auf den Kopf stellen? Schlafen aneinander. Komm, ich mach dich doch. Früher oder später stehst du auf unserer Seite oder auf der Seite der Dealer. Das ist wie Krieg da draußen. Ich erwarte eine Lieferung. Hilfst du uns, den Stoff in Umlauf zu bringen? Wir Bullen sind kein Problem. Der Chief wird der Nächste sein. Wenn ich dir helfen wollte, was hätte ich dann zu tun? Nimm die an dich. Sie gehörte Papa. Du rufst Vadim an und verabredest dich. Du wirst uns nicht sehen, aber wir folgen dir auf Schritt und Tritt. Spiel nicht den Helden. Du atmen ist so schwer. Bist du nervös? Nein, warte! Warte! Das verspreche ich dir. Ich beschütze dich. Ich hatte nie vor, dich da reinzuziehen. Baby, du könntest getötet werden. Es wird alles gut gehen. Hermann! Ja! Runter! Jetzt ist nur wichtig, dass wir es durchziehen.